moin sind meine lieben freunde herzlich willkommen zurück zu outriders wir sind hier immer noch in der wüste unterwegs müssen jetzt unsere reise fortsetzen letzten fall wir ja den das signal gefunden geht ab sprechen wir mal mit wir müssen ja weiterfahren unbekanntes gebiet schlucht des gewaltigen obelisken ich glaube es ist wie gesagt nicht mehr viel ich weiß ich habe es leider nicht fertig gespielt damals ja gut ne deswegen kann ich kann ich dir das leider nicht sagen wie viel da noch kommt ich kann mir deshalb vorstellen dass es nicht mehr so viel ist ja weil wir sind ja schon fast im augen des sturms warum sind wir jetzt eigentlich drei autos keine ahnung hatten wir vorher schon nicht drei da waren wir zwei okay also dein auto mein auto waren es jetzt noch eine 12 hier sind nur zwei ja im video waren aber gerade drei wir sind level aufgestiegen 27 jetzt geht es wieder los mal geschlütze gegen aliens ja zum glück weil diese stufe 33 jetzt geht es wieder los ich muss erstmal wieder reinkommen nicht nur du wundern mich gerade was abgeht so ein spitzen prädator prädter ja was mit ihm los er ist gerade auseinander geflogen das geht schon wieder richtig ab hier ne auslastung wieder ja 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 ich bin schon wieder am boden lecken ich lecke schon wieder den salz boden hier auch die kommen ja aus dem boden alter die kommen von überall ich merke das schon meine güte ja das haben wir schon in den letzten folgen festgestellt dass wir nicht die ersten menschen waren alter hier ist noch eisen ja ich komme es wäre interessant zu wissen wer sie waren und was sie hier wollten halte nach hinweisen ausschauen hier ist eine truhe das waren halt auch outriders die die sind nur schon weiter vorgekommen und dann getötet worden von den füchern hier soll ich den mal anfassen fass den mal an da kommen wieder grüne monster ich komme wieder king kongs ja ja und was war das jetzt einfach nur anfassen nichts nun können wir weiter gehen oder ist da noch was ja gut vielleicht hätten wir den schon anfassen müssen weil wir weiter vorgegangen wären weil der uns irgendwie geöffnet hat oder oder hätte ja guck mal da hinten das ding ist aufgegangen das ist schon bevor wir da waren aufgegangen ja das war schon vorher auf stargate ja mann das tut zwar eine andere dimension das hat schon irgendwas ja das hat irgendwas von stargate ne mit den ganzen obelisken hier ja fehlen nur noch die leute gsg9 ne was ist g9 das so hieß ja der trupp gsg9 ja genau ja ich glaube ich mochte aber die serie lieber als den film ja die serie ist aber auch nur die alten serien ja also das richtige stargate und stargate atlantis die sind richtig geil atlantis habe ich nie geguckt echt ne aber ist richtig gut ja ja nur das normale sg1 habe ich geguckt alles danach war schmutz ok wir werden beobachtet ja gut ne hat er ein reines labyrinth naja ok wir los menschen die musik ja menschen oder was das für affen sind ich wette mit dir das sind outriders die halt nur mutiert sind die leute hier ja bestimmt ok ich glaube das sind schon ureinwohner nur die haben die outriders die hier waren gekillt hier ist ein spaß die jungen ja da sind drei stück zum spaß sie ist hinter uns vor uns noch zwei die haben auch schilder alter die sind gerade komplett am ausrasten mal weiter zurückgehen da kommt alter die raste komplett aus juhu alter die gehen richtig ab ja ja ist jetzt auch mal einer tot ja alter was die alter was die aushalten die kollegen gott gott sei dank gehen die gerade auf die geschütze alter wo bin ich denn jo alles klar hinter uns sind die afgengeigen jo was die aushalten in die spende weiter alter alter warte mal ich habe gerade ganz viel scheiß bekommen ja da sind noch ein paar am leben ja lassen dass die tönen und dann gucken wir nach den sachen zumindest ist die waffen werde ich mir mal anschauen weil die ausrüstung muss ich sowieso im lager ändern ja ja egal ich habe wieder eine geile waffe bekommen ja ja ich nehme mich auch bist du behindert aber richtig kranke scheiß ja den snipe habe ich jetzt gar keinen bock drauf hier gucken wir mal eine waffe er hat schon wieder eine legendäre bekommen ich hab noch nicht mal eine weiß ja schon die vierte oder so ich habe meine handschuhe ja unglaublich was machst du eisen abbauen so hau mal drauf da ja mal drauf oder ich mach mal keine zwischensequenz kranke scheiße ja er reicht ja auch jetzt ja ich habe schon gedacht jetzt zwischensequenz wie die tür aufgeht weiß man ja nicht mehr ist ja alles mit zwischensequenz das sieht hier schon richtig aus richtig geld was richtig geil richtig geil also weiß er was ja genau und verheimlicht uns nur was ja und wir tappen eine falle und dann ist die scheiße hier richtig groß und dann sagt er uns dass er ist wahrscheinlich dann ist aber schon zu spät ja hier ist eine flagge munition hier ist schon wieder so großes offenes terraner jetzt gleich wieder ab ja ja hier guck guck ja hier hier Untertitelung des ZDF, 2020 Wir rasten hier komplett aus, die Kollegen. Da oben können wir noch einen Viech töten, ne? Wo? Titus. Okay, dann lass uns das machen. Gehen wir zu Titus. Ja. Gehen wir zu Hepatitis. Wir werden gleich gegen einen Strich rasiert, ne? Bestimmt. Ich sehe das auch schon. Na, der ist direkt bestimmt hier hinter. Ja. Da sind nämlich über Skelette. Oder auch nicht. Mal gucken. Und weiß ich nicht. da kommt da weiter mann fotzen weiter der ist richtig heftig brenne im vulkan aber die weg von mir gleich ist der tod hier ist noch was in stufe aufgestiegen also das ist unter uns zwei stück wir müssen dann mal in die basis zurück jetzt ja weil ich habe richtig viele sachen bekommen die würde ich dann ganz gerne verändern ja lass uns mal gucken ob hier noch was ist ja unter uns halt nur okay ja da das habe ich bekommen bitte ja ich zeige dir nichts mehr hör auf schieß zu machen bitte was schießt alter das kann ich doch nichts für wenn ich die waffen bekommen ja doch du kannst ja auch mal sagen nee der andere sollte man bekommt da drüben ist noch eine krisse lassen sie mal noch holen sahidi was hältst du von den bauten in dieser schlacht ich versuche sie zu datieren sie sind uralt wie die ruinen im dschungel oder in augusts dorf aber ich wusste nicht dass augusts leute derart gute steinmetze waren ich glaube wir wissen noch nicht mal ansatzweise wozu augusts leute fähig waren was schießt du nach nächstes hat er nur geguckt so ich dachte wir wollen zur basis ja ja guckt man gerade noch schade dass man die waffen nicht sein partner geben kann die man nicht ja das finde ich auch irgendwie schade dass man die nicht einfach auf den boden schmeißen kann ja genau gut dann kommen wir zur basis kurz so lauter ich würde sagen das wasser aber erstmal wieder mit der folge hier wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bei outrides wenn wir hier durch die ruinen laufen war geil war gut läuft dann bis zum nächsten mal ciao ciao